Ist das so lange nett genug? Gut, warte du, Pille. Ich kutsch gleich aus, aber es geht noch. Deswegen liegt der Teppich auf der Bühne. Ich guck mal, ich mach dir mal ein Playback an. Vielleicht, dass du mal reinhörst, ob du sagst, ja, das ist okay, ja? Äh, ja. Weil Chaga ist ja wo auch immer. Okay, YouTube.